hallo freunde und willkommen in diesem video nur ganz kurz mit einer kleinen hilfestellung zum thema rahmspeicher und zwar geht es darum wenn wir unseren rechner etwas aufrüsten möchten mit mehr rahmspeicher in dem fall ist es auf jeden fall empfehlenswert herauszufinden zum einem wie viele dimmsplätze noch frei sind und wichtig natürlich auch ist dass das neue speichermodul mit unserem mainboard und den bereits verbauten rahmmodulen kompatibel ist im idealfall machen wir das bevor wir irgendwelche speichermodule bestellen ja das spart vielleicht zeit und auch ein paar nerven eventuell nun um das herauszufinden da gibt es mehrere möglichkeiten ich will euch eine davon zeigen eine einfache und zwar mit hilfe von einem kostenlosen tool es heißt rahmexpert hier und ich habe das jetzt eben gerade installiert und auch schon gestartet und schon haben wir hier unsere infos auf einem blick ja schon übersichtlich hier allgemeine infos sehen wir ich habe jetzt hier vier steckplätze insgesamt auf meinem mainboard derzeitige gesamtspeicher sind jetzt 24 gigabyte eingebaut maximale speicher 64 also das ist das was die mainboard supportet und da unterstützt ja mehr geht nicht und hier haben wir speicherplatz 1 2 3 und hier wir sehen jetzt hier bei mir sind jetzt also ich hätte noch ein dimm frei hier und hier haben wir 8 giga 80 also die infos über die speichermodule hier kingstone modell sowieso ddr4 pc hier tralala ja die sind alle fast gleich denke ich zum beispiel bis auf den hier okay aber genau also ich sehe ich habe jetzt hier noch ein steckplatz frei und hier das modell und firma und ddr4 und wir sehen jetzt hier ich denke das ist jetzt 2400 megahertz ja wenn ich mir jetzt einen neuen modul hier noch dazu bauen möchte dann weiß ich beispielsweise schon mal dass ich nicht geld ausgeben muss beispielsweise für einen 3000 megahertz ja was ein bisschen schneller ist die paar euro kann ich mir sparen weil die alle anderen sind 2400 megahertz und das wird dann eben auch runtergetaktet halt ja die paar euro kann ich mir sparen und ja hier haben wir alle infos und ich hoffe ich konnte euch damit weiter helfen und dass die frage damit beantwortet ist wenn ihr weitere fragen habt oder anregungen einfach ein kommentar hinterlassen über ein like freut mich natürlich auch wenn es euch gefallen hat abonnieren nicht vergessen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal